Bestimmte Drogen können schwerwiegende Halluzinationen hervorrufen. Unter ihrem Einfluss ist es möglich, Personen durch Hypnose zu Handlungen zu bewegen, die sie unter normalen Umständen nicht ausführen würden. Stopp! Peter Manning! Peter Manning! Peter Manning! Peter Manning! Ich bin Lavinia, Mutter der Mysterien, Hüderin des schwarzen Geheimnisses. Kennst du mich? Ich kenne dich. Weißt du, warum du hier bist? Ich weiß es. Bist du zur Unterschrift bereit? Jawohl. Dann unterzeichnen. Erhebe dich, Peter Manning. Erhebe dich, Peter Manning. Der Pakt ist geschlossen. Der Pakt ist geschlossen.